Hallo zusammen, ich habe schon vor einer ganzen Weile mal diese Schiebekarte hier gepostet auf meinem Blog als Geschenk für eine Freundin, die ein Baby bekommen hat und ich habe da schon erwähnt, dass ich an einer Babymappe fürs erste Jahr arbeite und die ist jetzt fertig. Allerdings habe ich ein bisschen was noch verändert. Ich habe hier hinten die Rückseite größer gemacht, einfach deshalb, weil das hier so dick geworden ist und jetzt ist mein Gummiband aber etwas kurz, das heißt, das wird alles so rüber geschoben. Das gefällt mir gar nicht. Hier, zerquetscht quasi. Also muss ich mal gucken, ob ich das Gummiband noch austauschen kann. Genau. So wäre es dann, wenn es nicht vom Gummiband zusammengeschoben wird. Hier vorne, da habe ich, das ist so ein Polaroid-Rahmen. Da gibt es eine Stanzform für, ein Framelit für die Big Shot. Und hier können die ein Foto von der Kleinen reinmachen, die Eltern. Das Datum an die Kleine geboren ist, habe ich auch gleich mit drauf gemacht. Und dann habe ich einfach so verschiedene Stempel benutzt, die irgendwas mit Baby zu tun haben. Das hier zum Beispiel ist aus Ticket für dich. Da gibt es auch die passende Stanze dazu. Hier habe ich einfach so ein File-Tap, wie heißt denn das? Registerkarte. Ach, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Mit einer 1 gemacht, weil es eben fürs erste Jahr ist. Da kann man jetzt nichts hochheben oder so. Das habe ich einfach hier auf Abstandshalter gemacht. Aber das ist quasi einfach das Foto auf dem Cover, was Ihnen am besten gefällt. Hier unten der Kinderwagen ist aus dem Stempelset Something for Baby. Und da gibt es die passenden Framelits dazu. Und ich lecke mich mal gerade rein. Und damit es noch ein bisschen echter wirkt, habe ich den nochmal aufgestempelt auf Designerpapier, habe das dann per Hand ausgeschnitten und habe hier nochmal so kleine Klammern reingemacht. Genau, Auf ins Abenteuer ist aus irgendeinem Set für Project Life, glaube ich. Ich soll gerade gucken, ob ich weiß welches. Ja, das ist unvergesslich. Genau, dann habe ich die Buchstaben hier, Eva, weil die kleine Eva heißt. Und da habe ich dann die ausgestanzt mit dem, das ist die neue Anhängerstanze aus dem Herbst-Winter-Katalog. Die Buchstaben an sich sind mit dem Larger Than Life Alphabet and Numbers gemacht. Und zwar habe ich die mit Wassermark Ink aufgestempelt und dann weiß embossed. Dann habe ich das Itty-Bitty Stanzenpaket genommen mit, wo ein Herz eine kleine Blume und Stern drin ist und habe jeweils in der passenden Farbe, habe ich die dann quasi ausgestanzt. Dann ist da noch ein kleiner Strassstein drauf. So, wenn man das jetzt aufklappt, voilà, da ist eigentlich ein Magnet dran, aber das ist einfach so schwer. So, dann hat man hier quasi nochmal ein großes Blatt, wo man ein Foto von hier drauf machen kann. Da habe ich auch hier die kleinen Stempel aus dem Stempelset Sachs mit Fähnchen genommen. Dann in die Mitte, du bist so süß. Ach nee, du bist süß heißt es nur. So, und auf dem Teil, was mal aufklappt, weil das Ganze erinnert ja an so eine Ordnungsmappe für Papiere, habe ich eben hier vorne das dran gemacht. Und das hätte ich vielleicht nicht unbedingt an die Seite machen sollen. Man sieht schon, das ist sehr krumm und schief hier dadurch, weil da so viel Gewicht dran ist. Aber irgendwie hätte ich auch nicht gewusst, wie ich es sonst denn machen soll. Naja, auf jeden Fall ist es hier das erste Jahr, wie hier auch schon steht. Das waren so kleine Anhängerwürfelchen, die ich mal gekauft hatte, wo man auch Armbänder mitmachen kann. Und ich habe jetzt einfach hier, das ist so ein Wasserfall. Also ich habe das vom Prinzip her, das Album habe ich von jemandem von YouTube nachgebastelt. Allerdings eben wieder so, dass es für mich passt. Ich werde den Link dann noch mit einschieben, dass ihr euch das von ihr angucken könnt. Aber genau, also hier, das soll quasi das erste Jahr kurz widerspiegeln, wie so die Veränderungen sind, weil gerade da verändern sich ja Kinder am meisten. Das heißt, hier gibt es immer einmal ein Platz für Fotos. Und ich habe mir gedacht, auf der Seite lässt sich das besser schreiben, als wenn man jetzt hier schreibt, wo diese Würfel drunter ist. Deswegen habe ich oben das Foto, unten die Zeilen für Text. Also da ist mal da Größe, Gewicht und was sonst noch war. Also alles, was in dem Monat halt vorgefallen ist, woran man sich erinnern möchte oder was man dem Kind später mal zeigen möchte, wenn es größer ist. Und das habe ich, also es wurde im Oktober geboren, deswegen fängt es im Oktober an. Und war ein Klieberest. Und habe das einfach, also ich habe das Designerpapier Schlaflied genommen und an den Farben habe ich mich orientiert. Und das sind jetzt einfach die Farben, die da drin vorkommen. Und die habe ich dann immer abwechselnd, habe ich einfach die Monate. Das hier habe ich ausgedruckt, weil das hätte ziemlich gedauert, hätte ich das alles stempeln wollen. Vor allen Dingen hätte ich nicht für alle Stempel gehabt. Und so habe ich das einfach eben ausgedruckt und dann aufgeklebt. Und ich habe es so gemacht, generell immer so gemacht, dass normale Fotogrößen drauf passen. Das heißt, hier jetzt zum Beispiel passt 10 mal 15 drauf. Hier würde drauf passen 9 mal 13. Genau. Und dann ist hinten noch der September und dann ist ein Jahr rum. Ups. So, und dann kann man das noch weiter aufklappen. Ein bisschen weiter raus. Und dann gibt es jetzt hier nochmal, wir haben erst die Mitte. Das hier ist eine Tasche. Da habe ich jetzt vorne auch wieder einen Rahmen drauf. Ich glaube, das müsste nochmal 13 sein fürs Foto. Genau. Hier habe ich so einen Strampler, Body, Body, aufgestempelt. Und zwar habe ich den mit den Stampin-Markern gemacht. Also mit den Stiften, mit denen man auch stempeln kann. Und dann habe ich es eben zweifarbig gemacht. Und ich habe hier oben so einen kleinen, ähm, äh, kleiner Bügel als Büroklammer. Die gibt es auch im Paket. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Da sind noch andere Formen auch mit drin. Aber den habe ich dann dahinter gemacht. Kleine Säckchen. Und dann kann man das hier eben hoch machen. Ja, so. Da rausgehen. Und, ähm, dann ist hier ein Verschluss dran. Uah, falsche Richtung. Der funktioniert so. Also man wickelt quasi einfach, das sind, ähm, das sind diese Klammern, wo man die farbigen Punkte drauf machen kann. Und, ähm, da kann man das einfach so drum rum wickeln. Und dann schließt das eben fest. In dem Falle ist das hier eine Tasche, wo man alles Mögliche an Erinnerungsstücken reinmachen kann, die keine Fotos sind. Und ich habe jetzt da, ähm, der Freundin noch was reingemacht. Das sind lauter kleine, äh, gestempelte und gestanzte Teile, damit sie das selber noch verzieren kann. Da sind dann Sachen drin, eben aus dem Stempel, Stempel-Set-Something-for-a-Baby. Und dann hier zum Beispiel was für Weihnachten. Weil im Dezember ist ja dann Weihnachten. Und dann ist es ja erstes Weihnachten. Dazu könnt ihr was machen. Dann habe ich einfach auch so Sprüche zum Beispiel. Uah, falsch rum. So. Und genau, lauter so ein Kram. Da habe ich auch von den, von diesen quasi Büroklammern in verschiedenen Formen. Na, wer seid ihr denn? Äh, da habe ich auch welche mit reingemacht. Das war jetzt zum Beispiel eine Sprechblase und so. Genau. Also das ist nur, damit sie selber verzieren können, weil die Fotos sind ja noch nicht drin. Das ist also hier in der, in der Tasche drin. Das kann ich jetzt wieder zumachen. Und dann, habe ich hier unten noch was zum Ausklappen. Ähm, in dem Falle habe ich die Buchstaben hier nicht richtig drauf gemacht, damit man dahinter noch ein Foto schieben kann. Und das ist auch wieder 9x13. Dann habe ich hier, wenn ich jetzt mal reinzoomen, sonst sieht man das nicht. Ähm, oh je, jetzt wird es eng auf dem Schreibtisch. Hier habe ich, ähm, kleine Sterne ausgestanzt. Das ist eine Stanze aus dem Herbst-Winter-Katalog, die so aussieht. Das sind dann lauter kleine Sterne, die da bleiben, äh, wenn die Stanzteile rauskommen. Und die habe ich hier reingeworfen. Und, ähm, das ist mit, das ist mit so einem, die gibt es extra so zu kaufen. Äh, das sind, äh, quasi so Schaumstoff-Kreise, Ringe, die, äh, schon selbstklebend sind von beiden Seiten, dass man eben so Schüttelkarten oder sowas mitmachen kann. Genau. Das als Effekt. Und, ähm, Familie deshalb, weil ich mir gedacht habe, dass dieses Element hier, dieses, ähm, für Fotos mit der Familie sein könnte. Also mit Oma, Opa, Cousinen, wie auch immer. Ähm, und vielleicht hier vorne von, von Mama, Papa und dem Kind quasi. Und dann, äh, jetzt mache ich hier ein bisschen raus, weil mein Schreibtisch sonst nicht groß genug ist. Und dann, kann man hier unten die Fotos von den anderen mit reinmachen. Oh, noch mehr. Also, und dann, ähm, habe ich hier wieder einen Magnetverschluss. Und, ähm, dann kann das hier ausgeklappt werden. Ja, es passt jetzt nicht ganz drauf, sieht aber exakt genauso aus wie das. Und dann habe ich hier einfach, das habe ich mit so einem Bändchen festgemacht, ähm, weil, also, dass es irgendwie hält und ich aber kein Kleber nehmen muss, und man die ganze Seite für Fotos nehmen kann. so, genau, das war's. Dann hat man quasi so ein kleines Album zum Durchbläckern, wo Familienfotos rein könnten. Hier in der Mitte, habe ich mir gedacht, können die nach vier Sachen reingesteckt werden, die man halt so aufheben will. und dann gibt es hier drüben noch eine Seite, da, ähm, habe ich auch wieder einen Magnetverschluss hier und, ähm, habe jetzt hier verschiedene Stempel nochmal mit eingesetzt. Und die Idee, das hier zu machen, habe ich von den Project Life Karten von, wie heißen die, Abenteuer Leben, die bin ich einfach mal durchgegangen und die sind aber alle auf Englisch. Und dann habe ich mir das einfach nachgebaut. Also das ist quasi, habe ich hier gestempelt im Hintergrund mit eben zwei verschiedenen Faden, dann habe ich besondere Momente drauf embossed und das hier habe ich, das sind, ähm, ausgestanzte Elemente, die habe ich dann noch oben drauf geklebt. Ähm, genau, und das funktioniert dann so, dass man die aufmachen kann. Und dann gibt es hier drei verschiedene in jedem, ähm, so kleine Fotomäppchen quasi. Ähm, da könnte man dann auch mal einzelne davon einstecken, wenn man es irgendwem zeigen will. Aber ich habe mir gedacht, deswegen steht hier jetzt besondere Momente und hier im Lebensumst auf die kleinen Dinge, die uns die größte Freude bereiten, dass die Eltern da dann so themenbezogen irgendwelche Sachen drauf machen könnten. Was weiß ich, äh, Badezeit auf eins und dann Bilder, wo das Baby gebadet wird oder, ähm, keine Ahnung, wenn es dann langsam anfängt zu krabbeln und dann gibt es halt Krabbelbilder oder so. Irgend so was in die Richtung. So, genau. Und das Gleiche ist hier oben auch nochmal. Die sind halt nur mit an dem Designerpapier verziert. Die sind immer vorder- und rückseite verziert, in der Mitte nicht, weil da ja eh komplett ein Foto reingeklebt wird. Genau. Und, ähm, ja, das wäre dann die Mappe fürs erste Jahr. Ich habe jetzt auf der Rückseite habe ich es auch einmal verkleidet. Hier unten habe ich noch meinen Stempel hingemacht. Und, ähm, also das kriege ich jetzt noch hin, dieses Gummiband wieder auszutauschen. Lass mich jetzt mal gucken, dass es dann die richtige Länge hat, dass es nicht so zusammengequetscht wird, aber es trotzdem auch hält, weil so würde das jetzt aufklappen hier vorne. Genau.